hallo und herzlich willkommen zurück zu ttt mit ein paar neuen leuten so ist die liste wird mir einfach zu lang und jetzt einfach vorzulesen ja ich blende es euch jetzt hier mal ein ich denke mal punchy macht jetzt selber okay und dann ist der data und dann noch alle du dir zum nikolaus wie ach so ja so wie ich bin jetzt so ein weihnachtsfeeling du bist du bist allgemein gar kein feeling du bist nordkorea ja dann bin ich habe ich eine ziemliche bomben stimmung atombomben stimmung ja ich lach dich aus wenn so eine rakete einfach mal wieder runter fällt und er hat nicht gesehen dass ich dann vorbeigelaufen ich überlege die ganze zeit ob ich das hier mal quer über die ganze karte schießt damit ganze plätze tauschen irgendwie irgendwie ist gerade toten stimmung hier warst du gerade im shop die ganze zeit? ne ich bin die ganze hier oben und aime guck mir die map an vor allem die leute die hier rumlaufen fexi! bist du stuntman? nein leider nicht bist du ein free runner? nein er ist free runner wo bist du? was? wo bist du? hier unten im turm ah ein kluschturm da ja ok hallo bin auf den weg bin auf den weg bin auf den weg da sind zu viele leute hier ähhh ich wollte mal einen abschlag machen ach vatert? ein baseball schläger baseball schläger für ne panne jemanden getötet oder hast? neee nein was zur hölle war das eben ich habe richtig angst hier leid herunter zu gehen ich fühle das doch auch hinter uns hinter uns wie hinter uns ich muss ja hinter mir gewesen sein oder also hier ist keiner aber hier brennt irgendwie dauerhaft ich sehe grad nicht durch ich hau hier gleich jemanden weg ich sag in euch nein das ist eine taube oh gott Perry das schnabbelt hier ich glaube das ist tot was hä warum ich warum ich was 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 ich hab nichts gemacht ich auch nicht so warte wir machen das so ich bin kein traitor wenn er für den deck des lages an das stimmt nicht das stimmt nicht irgendjemand anders war es mysteriös wer ist das noch ich bin hier aber gerade runtergesprungen oder runtergefallen also ich glaube das muss ich gleich mal unterbinden hinten ist die Turm wer lebt denn noch ich lebe noch ja ich habe die kiste hier die das fast kaputt geschossen krass nein genau hinter dir ja hinter dir ja hat funktioniert cool ach so wollte den kaum bei mir vor mir und gegenüber 지역 links jungen also der mit dem soundboard musste verunter binden aarei du verwurrt ihn mean er oder weniger komplett Das weiß ich auch warum ich eben den schon Sound gehört habe vor dem Schneeball. Es war kein Soundboard, es war eine Gun, also eine Waffe. Nein, das waren teilweise wirklich mehr oder weniger Soundboards. Zum Beispiel, nein, wir wissen nicht. Ist ganz witzig, wenn man dann die Stimmen von den anderen aufnimmt und die eigentlich tot sind und dann abspielt. Hab ich auch schon gebracht. Ja, das ist halt mega verwirrend, wenn du da stehst, auf einmal hörst du halt Weihnachtsmusik, während einer mit dem Schneeball vor dir steht. Natürlich rotzt du die nach vorne. Ja gut, die Weihnachtsmusik war nicht vor mir. Weihnachtsmusik hab ich nicht. Minimi, ich bin Minimi. Hallo Tom, bin Minimi. Hallo. Hallo. Oh, das war ein Teil von dem Fass. Ich dachte gerade, wer fliegt denn da steil. Oh. Alter, wer hat das Fass hier hoch gehabt? Welcher Penner hat das Fass hier hoch gehabt? Also der letzte Ding sein habe war Tom. Tom mal bitte ein bisschen vorsichtiger sein, Leute. Okay. Boah, ich bin gerade fast... Lol. Ich bin gerade fast gestorben. Ja, ich auch. Durch Tom. Ich habe irgendjemanden sterben hören. Lass mich doch auch mal was machen. Von wo, von wo? Von wo? Lass mich in Frieden. Das ist echt scheiße, wenn man die Trader kommt hier. Sie hatten gerade schon eine Vorrunde, ich war nicht einmal Trader. Wer lebt denn noch? Ja doch einmal und ich habe dabei Facts weggerunden. Aber ein einziges Mal. Auf dem... Das war's. Auf dem Dach. Von dem... Auf dem Dach. Auf dem einen Dach. Auf dem... Auf dem einen Dach, das... Das... Das aussieht wie ein... Dach. Irgendjemand hat gerade mein Fenster zerschossen. Symptom? Äh... Das ist... Punchy. Oh, ich bin gemütet. Geil. Ähm... Geil die ganze Zeit. Ich bin hier drüben. Ich habe keine Ahnung. Punchy hat den DT erschossen. Also Punchy ist KOS, ne? Warum? Was? Weil er auf mich geschossen hat. Kannst ja nicht für alle Coins, aber für mich ist er KOS. Und der hat gerade den DT erschossen. Nein! Befordert von der Map. Oh, ich bin auch gerade fast schon wieder runtergefallen. Er legt mich auch mal eigentlich. Ich hasse Leiter. Was machst du denn? Ich habe nur 10 AP, weil ich eben von der Leiter runtergefallen bin. Und bin gerade fast wieder eine Leiter runtergefallen. Ist aber doof. Schon so leicht. Was? Irgendwas ist explodiert. Ich muss unbedingt meine Errors fixen. Ja, der DT schiegt dem Wichser recht, ey. Für alle Errors hier. Wer geht es denn noch ganz nach hinten? Bin mal gespannt, wer das jetzt hier reißt. Ich denke mal, das Südturm war der, der jetzt Schafe schmissen hat. Okay. Ich nehme es zurück. Ja, trink doch noch mehr. Na, geht doch. Na, easy. Moment mal, er war ganz im Spiel. Aha, nur der war Sidekick. Ne, ich war Traitor und wurde von Punchy, nachdem ich jemanden den Tor weggekriegt habe. snagged habe, zum Sidekick geschossen. Oh lord. Ich habe Tom mit der Taube getötet und war ungefähr drei Sekunden später Sidekick und hatte zehn Leben. Und dachte mir so, toll. Ja, toll. Du warst halt am nächsten dran, du warst für mich der gefährlichste. Ja, erstens das. Ich habe halt zuerst gedacht, du hast gesehen, dass ich eine Taube geworfen habe, weil die ist halt quer über die Map geflogen. Ja, das macht Sinn mit dem vorwolleigen Zaun. Ich habe ein Form statt in der Mitte zwischen den ganzen Schiefdächern. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Du hast mich deswegen zum Zeitgeballet. Random Items ist das ein Detective Item? Random Damage ist das. Es gibt auch noch eins, wo man ein Random Item kriegt. Random Mart. Meinst du jetzt? Random Mart. Okay. Dann kann passieren verschiedene Dinge. Entweder die Zeit wird schnell, die... Ich bin erschossen. Ja, von mir. Hey, äh, Punchy. Was passiert, wenn man hier den Knopf drückt? Was? Keine Ahnung. Hm. Hat jemand runtergeflogen? Ich glaube, ich habe gerade jemanden an mir vorbeifliegen sehen. Oh. Hm. Da ist einer unsichtbar. Oh. Ja. Bin ich. Vom Turm schießt... Ja, man sieht dich voll. Wir sind noch in den Häusern. Ähm. Man schießt auf mich. Ei. Au. Ei. Warum Crew, in deri und äh, Symptom? Hey. Ich habe mich crew gar nicht. Scheiße, ich habe... Aber auf mich wird geschossen. Vom Turm oben. Ist das der Wete? WTF, ich wofre ein Schafschuss zu geschossen. In der Luft. Eskalation. Und... Ich hau lieber ab. Hey. WTF? Fieft auf mich. Aua. Der schießt mir auf den Deto von euch Wichsern. Äh, Punchy, der hinter der Kiste stand. Okay. Äh, ich habe ihn im Nacken gehitten. Warum wurde ich da jetzt getötet? Ich habe Punchy schön in den Nacken gehittet. Wo warst denn du überhaupt? Ich war oben auf den Twin Towers. Warum wurde ich getötet? Wieso? Wo warst denn du? Ich habe jeden an den Schossen mit dem Ding. Ja, aber ich wurde runtergehauen. Ich war schwer. Leute. Sorry. Das war echt nicht absichtlich. Ich habe einfach nur umhergeschubst alle Leute. Ich habe sogar ein bisschen aufgepasst. Da sind nicht immer gleich alle Killer. Ich habe nur gesehen, wie jemand aus dem Tower schießt. Und denkt mir so, alles klar, das war Tom. Und schießt ihm halt während er am runter geht. Und er schreit auf. Er hat doch Beutage gesehen. Aber Tom ist über mir. Deswegen, ich habe gedacht, von da kam ein Schuss. Der Deto war es bestimmt nicht. Wobei... Nene, der Deto war dort nicht. Der Deto war dort nie. Ah, Tom. Der saved der Deto. Wenn du Sidekick die gehört hast, dann schieß bitte jetzt. Sonsten wird es langweilig. Ja. Dafür, dass so viele hier spielen, wird echt wenig geredet. Ja, irgendwie. Ja, keine Ahnung. Alles sind kontrolliert. Ach. Mischbang. Achso. Ich glaube auch da mit Kick jemanden. Da gerade wieder beim Springen ist, ne? Ja, genau. Und tschüss. Au. Ey. Nicht mich, nicht mich, nicht mich, nicht mich, nicht mich. Aber ein einzelner Siegeschuss, ne? Ähm. Dann sag ich mal Ditch hier. Und... Da war ne Taube. Oh. Ich werde nie wieder mit so vielen Leuten spielen. Ah. Du kannst ja gar nix mehr machen. Da ist ja gar nix mehr. Ich lebe noch, aber ich sehe nichts mehr. Was passiert gerade? Ich glaube, Colg und Dott hat doch erst ein Wahler oder so. Ey, Bebe! Juge! Ähm. So ein großer Feuerbau, ne Junge! So ein großer Feuerbau, ne Junge! Sex? Du Eno? Ich bin Eno. Ey! Komm mal kurz her, ich werde das ausprobieren. Was passiert, wenn ich jetzt Enter... Nee, hier steht. Hier steht... Wirklich, Enter zum Proben nehmen. Ja. Äh. 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 Was ist der Sidekick jetzt genau? Idiot. Das ist der Partner vom... Traitor? Nein, vom... Von Chakal. Ah, okay. Also, ich frag für'n Freund, ne? Ja, ich frag für'n Freund. Klar, fragst du'n Freund. Also, das sind mir echt zu viele Leute mittlerweile, also... Beforderung. Acht Stück. Das ist ne Beforderung, oder? Zu sieben sind wir jetzt da, ju, das geht noch. Aber man kann ja gar nichts mehr machen, ey. Das ist ja Wahnsinn. Dann weg mir in Zukunft irgendwo hin, campen weg, inno bin, und warten. Man, ich komm mich nicht auskaufen. Oh, ich werd mich jetzt inno zukünftig bloß noch in irgendeine Ecke campen, ey. Ich komm hier oben rum und töte alle, und du bist am shoppen, oder was? Ja, ich bin die ganze Zeit im shoppen gewesen, und da ist so Leute gekillt, und nebenbei so, ja, den mal mit der Scharf schützen, dann mit seinen AWP. Ey, 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 ey Panne. Ja. Das ist immer nicht letzter. Wie soll ich denn auch letzter werden, wenn der Kimmer zu sterbe, nur, kann er nicht mal eh mal schießen? Wie hat er nur noch 43 Punkte, Junge? Ey, ich hab grad mindestens vier Leute gekillt in der Runde. Ich auch. Glückwunsch, ich kann nicht mal welche Kim, weil ich bloß scheiß Inno bin. Ich hab grad einen Detective und einen Inno mit einer Taube getötet und den anderen neben Tran Publicrum, nur so… Ohar, den Detective von Töten ist aber jetzt auch nicht so schwer! So, jetzt bin ich weder Detective noch Traitor, sondern Inno. Fuuuuck! Machen wir das ein bisschen spannender hier. Oh, dein. Oh, Newton Launcher, ey. Ich hab gar nichts bekommen. Doch, ich hab nichts bekommen. Ich hab ein Messer. Was macht das? Was hab ich? Ich weiß es nicht. Können wir hier abschlitzen? Hey, wird beschossen. Du wirst vom Detektiv abgeschossen. Ich denke, ich hab das immer einen Dead Ringer. So war das der Newton Launcher, oder was? Ja. Oh, ich wurde geportet ins Haus, ah, der ist um auf den Twin Towers. Auf dem... Vorsicht! Und das halt hier erfolgt. Fuck, Alter, was war das denn? Auf dem Twin Towers. Das sind zwei Ninja Turtles gewesen. Ja, da war er da oben. Ich wurde in den Raum geportet, denn ich glaube auf der anderen Seite von dem Raum lag eine Mine. Das war sau fies. Da oben ist auch noch einer. Ich, äh, auf welchen... Achso, Twin Towers. Ja, das glaub ich nicht. Ja, ja. Bin ich am... Der ist ja wieder gestorben. Der ist ja wieder gestorben. Der ist ja jetzt beim Wasserturm. Ist jetzt weiter? Ja, er hat irgendwie geportet. Meint der mich? Boah, ich wurde angefurt. Was? Tots, Rakete, vorsichtig! Tschüss. Hehehehe. Bye. Komm, ich seh's kommen. Das geht nicht gut aus. Da ist jetzt jemand seltsig Ich hab'n Traitor Wieso bist du ein Stuntman oder? Nein Warum willst du mich töten? Das finde ich ganz gemein von dir Ich hab nix gemacht Du hast doch grad was scheiße gemacht hier Ich hab'n Traitor getötet Das sehe ich auch nicht Lieb Ja ich auch Auf Auf Ich bin auch ganz doll lieb Wenn ich sterbe mach ich das für mich selbst Ok Sehr gut Das kriegen wir hin Hm Das sind die Ja Ach Ach man Wo bist'n du? Ganz halt woanders Ich such grad jemand anderen Ähm Ok Kann halt nicht Kann halt nicht Fax Das machst du eigentlich Danke Hör mal mit dem Fuß stell ich mehr säg von dir nicht Ach Was lustig Ja Toms Schrei wie er gestorben ist Alter Panne wie viele Fallen lagen da denn Zwei Alter die erste dachte so what the fuck was war das alles klar safe Rennung durch Bauf Wie ich versteh nicht warum du die erste überlebt hast Ich versteh nicht warum du die erste überlebt hast Weil die explodieren ja die explodieren ja eigentlich instant Ich hab gedacht na gut wenn dann Nein die schreien doch noch Das hab ich nicht gehört ich bin ein Schritt raus bin wieder rein und hat es einfach mal ein Bauf gemacht Wieso hab ich jetzt Minuspunkte bekommen Na das ist das Glück gehabt dass du nochmal Rennung bist Warst du Detektiv? Ja Du hast mich erschossen ich war Elo Ich hab dich mit dem Newton Launcher angeschossen Ja runter Wenn der dann runterfällt dann ist das halt dein Kill Oh Hm Hm blöd hm Hm Ist ja auch passiert hm Random Damage Wie sieht denn der Randomizer aus? Ah du wichser ich hatte Der hat so ne Bombe Der ist ganz unten Geh weg Geh weg ich hab Arme Terraso Immer noch an der Steuerhogen Ja ja Da kann ich mir nicht holen wegen meiner Klasse Ah ist ein Systum Kein Turm Oh Hallo Dysko Perko Äh Peri ist hier In meine Falle gelaufen Scheiße Ich konnte nicht mehr identifizieren Welcher Sniper steht oben auf dem Turm? Ich warum? Nur so weil ich dich durch die Decke seh Echt? Cool Ja Hacker Hacker Sorry Peri Fortsprich nur fast Wallhack Ach da Ja Ich stand hier unter dir und hab durch den Decken halt deinen Schatten gesehen Nehm denn noch alle? Ja du standst über mir Unter dir den Schatten gesehen Peri lebt nicht mehr Okay Hast du ihn gekillt? Er ist in meine Falle gelaufen Da hab ich doch gecallt Du bist Traitor? Ja ich bin Traitor Okay Random Harpune Random Harpune Random Harpune Okay Ich sag Ich sag Joe ist Jackal oder Traid Ein Zombie Glaubst du das? Langsam schon ja Nein Mich würde interessieren was Peri war Ja das würde mich auch interessieren was Peri war Oh Gott ey Oh Gott ey Weiß ich denk mit dem Rücken noch mit der Falle auf einmal ganz klack ist du schon da drin Ah ja Es ist nicht so ganz klar was Traum ist Wenn zu mir ein Inno kommt dann stirbt der auch also von da her Ratu 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 Das ist explodiert Was ging auf mich? Da kommt ne Taube Und wo? Das muss hinten links der Turm sein Dieser ganz ganz große einzelne Also nicht mit dem Fenster sondern da wo du oben ruf kannst Wo du vorher nicht standen hast Banshee Warum schießt hier einer bei mir die Fenster kaputt? Komm Lass das mal Denn Schieß einfach zurück Ich mein so viele können doch eh nicht mehr leben da draußen Ja Thomas Bing 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 Bong Was ist das für ein Lied ey Haben die Traitor wenigstens Radar? Ganz Zwischen den Twin Towers Du weißt zu schnell den Tauern Zwischen den Tauern Zwischen den Tauern Jetzt kannst du auch sagen ich glaube ich bin der letzte ne Sag ihm doch direkt wo ich bin Dann ist doch ok Wo bist du wo? Oben auf dem Turm oder zwischen den Turmen Unten war der Rechte halt unten Oh hier liegt die Leiche Scheiße Zwischen den Turmen So ziemlich zwischen allen Türmen bin ich Hast du noch Quedits? Also ich kann noch kaufen ja Du hast ja Du hast ja nur Hier so ein Radar oder? Ich habe einmal gekauft gehabt ja Gib ihm mal einen Punkt Und dann kann ich auch einen Ja gerade eine Sekunde Alex gibt noch einen Punkt Gib mir mal einen Punkt Kann ich auch kaufen Wie? Mach das Schwertermenü auf und dann Ja Transfer Ey ihr seid zu zweit Jetzt habt ihr euch nicht so wie Pussys kommt her Ich weiß nicht wo du bist deswegen Ach da unten In den Häusern Ach stimmt Die ganze Zeit Ach der ist Ach der ist Ach der ist Ah ok Pass auf Ich hole ihn raus Du willst ihn raus Ja warte ich muss nur rüber Ja ja Ich warte Bleibst du auch da wo du bist? Alex ich würde von dir Alex wenn ich du wäre würde ich von dir weg gehen Von mir weg gehen Ich weiß nicht wo du fühlst Da hier pass auf komm mal mit Bleib mal weg Bleib mal weg Ich bleib weg Alles gut Ich weiß halt wie es nicht bloß klappt Ist immer noch da drin Ist immer noch da drin Du hast mich RTM'd Was hab ich? Du hast mich mit RTM'd Ich wollte mich nicht jagen Ich hab einfach nur auf den grünen Punkt geschossen Was tut mir da Nein es ist einfach nur ein Minuspunkt Das sollst du machen Tom Ich wollte mich grad hochladen Amnächst mal trüb ich abwändig Im Summen vom Dumm spielen China Er macht so oder so schießt Ich mach's mal so oder so schießt Dann schießt der wirklich den Fixer Aber wenn ich doch theoretisch äh hier Free Runner bin Ich krieg keinen Explosionsschaden Würde ich dann sterben an einer Jala Bombe Oder nie ne? Ne Ne doch Free Runner An Free Runner stirbt An Explosionen schon Der Stuntman nicht Das Stuntman stirbt nicht Oh nein Äh Pfff Ne egal Ich hab Spaß Ja ich hatte auch grad Spaß Ich hab den Random Damage bekommen Oh da hat wer ne 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 Neuschal Wärmlingung wieder abwesend Ey Wollt Spaß Wollt Spaß Ich hab die Wollt Spaß Ich hab die Ich bin das Geist im Lied Mann konnte der Namen nicht lesen Ja weil ich in unserem Fenster stand du Knitkopf Ja Wollt Punchy war auch ein bisschen höher Weil ich den Random Damage bekommen habe Weil ich den Random Damage bekommen habe Weil ich den Random Damage bekommen habe Ich wobble hier auf der CD rumlegen Ja scheiße ne Oh ich werd beschossen Ich werd beschossen Ich werd beschossen Oh Au Ach du Wichser Ich hab ihn erschossen Moment Ich hole seine Leiche Ah ich bin vergiftet Äh ich würd noch einmal kurz neu joinen wenn das ok ist Ihr hört mich schon oder? Ne Jaja Na gut Ich hab mir mal keine Antwort Jaja Haben gerade was andere zu tun hier Ah gut ich sterbe Wann steckt denn da für ne Rakete im Turm? Ja die ging auf mich Alla what zur Hölle Als Inno hast du ja keine Schnitte mehr Ach ist das Kacke Eben noch fast alle oder? Keine Ahnung Ich seh Nur mit Nix Der Panne wurde vergiftet Ah der Polter ja Ich werd wahrscheinlich schon tot Das Silo war doch nicht Dann sinds die anderen wen Das sind tot Woll Punchy ist tot Ich werd dieses Ding doch auf den Tum geschmissen Ah Ah nur da Der shoppt Der hat das Geld Der kann sich das leisten sagt er Boah ich liegst gleich die Kacke Karte hier vorbei ey Erlebt denn jetzt noch? Kann sich halt nirgends wo verstecken hier Gar keiner Und den hab ich ja gewonnen Enough fix Jetzt hast du Eben Glückwunsch Doch ich lebe noch Aber ich hab keine Ahnung wer sonst noch Ne ne guck mal nach links Ach das ist doch nicht dein ernst alter Wo bist du neu gespawnt? Kann sich die Sack Wer wohl ist Winterhaus Winterhaus Genau dazwischen Oben dazwischen Oder unten dazwischen? Unten Ok Und die hast du doch hoffentlich gesehen jetzt Hex ich lup an dich Bad Shit Ents Schaut Ja, neuer Rekord, 59 Ja, wenn man immer Traitor wird, war Ja, wenn man immer Traitor wird, ist ja kein Thema Ja, ich wurde auf einmal Traitor und Sidekick, also in einer Runde, das war geil Ja, ist ja schön, ich hatte, ich hatte eine Runde Traitor Ja, aber immer Jakar, was tut mir leid, ich hab nicht gemerkt, dass ich Sidekick wurde Ja, kein Ding Ich wusste nicht, ich hab nicht mal gemerkt, dass ich angeschossen wurde Ja, dann danke für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ne? Der Motor geht ab, wo ich die Aufnahme stoppe